Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 105. Mal bei Hoax Silla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mysterious Alexa. Halli und auch hallo. Und Alexander am anderen Mikrofon. Und wir haben einiges, über das wir am Ende der Folge noch reden müssen, weil sich ganz viel getan hat in Bezug auf vergangene Folgen. Aber das ist natürlich wie immer am Ende der Episode. Wenn wir dann am Ende sind. Wenn wir am Ende sind, dann machen wir euch auch zu Ende. Wisst ihr? Oder so. Okay. Jetzt machen wir erstmal weiter. Die Story der Woche. Ja, in der Story der Woche beschäftigen wir uns diesmal mit einem, ja manche würden es als ein Spielzeug beschreiben, manche als ein nützliches Gerät. Ich spreche vom Segway Elektroroller. Und das ist ganz lustig irgendwie. Ich habe sogar schon in Hamburg hier Stadtführungen gesehen, die da mit stattfinden. Da kann man irgendwie sich draufstellen und dann irgendwie so fröhlich durch die Gegend rollen. weniger schön ist aber die Geschichte, dass der Eigentümer der Firma Segway tatsächlich mit eben diesem Gerät, als er damit unterwegs war, sich zu Tode gestürzt hat. Er ist in einen Fluss gestürzt und man hat ihn dann tot aufgefunden. Das ist natürlich wirklich etwas, was absolut unter der Fahne Ironie des Schicksals läuft. Vor allen Dingen, weil er, glaube ich, vor der Klippe nicht bremsen konnte. Ja, also das ist so brutal, wenn es denn stimmt. Ja, werden wir nachher mal auflösen. Thema der Woche Ja, zum Gruselfeste Halloween, über das wir ja schon eine eigene Folge auch gemacht haben, das ja sich nächste Woche ereignen wird, haben wir gedacht, machen wir mal ein sehr spookies Thema der Woche. Und einen Hörerwunsch. Spooky. Uuuuh. Jetzt müssten wir eigentlich auch noch irgendwie so Einspieler haben. Ja. So ein paar Kölzchen. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem Huibu. Nein. Ja, so ähnlich. Fast. Wir wollen uns mit dem Phänomen der weißen Frau beschäftigen. Eines der bekanntesten Gespensterphänomene überhaupt, das sich ja wirklich durch die Zeit erstaunlich lange schon großer Beliebtheit erfreut. Und ganz offensichtlich ja, wie wir festgestellt haben, auch auf der ganzen Welt bekannt ist. Also das ist kein deutsches Phänomen. Obwohl, so nach unserer Recherche, das Phänomen scheinbar aus deutschen Landen ursprünglich mal entstanden zu sein scheint. Ja, ist schwer zu sagen. Also was man zumindest, um das schon mal vorwegzunehmen, sagen kann, ist, dass Sagenmotive auf die Reise gehen. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen hatten. Wenn es um moderne Sagen geht, da stimmt das. Da reisen Motive. Aber das stimmte auch schon mit den klassischen Sagen. Auch da haben wir tatsächlich so, dass du natürlich Lokalsagen hast einerseits, die sich wirklich auf ganz konkrete Orte beziehen. Aber da oft ganz allgemeine Motive drin stecken, die sich durchaus auch anderswo wiederfinden lassen. Was wir mit dieser Folge übrigens nicht leisten können, das sollten wir vielleicht auch gleich von herein sagen, ist euch zu erklären, woran es liegt, dass so viele Menschen die weiße Frau sehen. Also wir können euch die Herleitung des kulturellen Bewusstseins natürlich schildern. Kulturwissenschaftlich kann man da Erklärungsansätze bieten. Aber wir können natürlich nicht sagen, hier Augenzeuge XY, der da was gesehen hat, der hat statt der weißen Frau das und das gesehen. Man muss im Moment, das tun wir, davon ausgehen, dass es sich nicht um Geistererscheinungen gehandelt hat. Wir sind insofern auch mit dem Thema beschäftigt, weil das ja auch Inhalt von Alexas Buch sein wird, was sie mit dem Sebastian Bartoschek zusammenschreibt, was im nächsten Frühjahr erscheinen wird. Wo es ja um Geister und vor allem um die Geisterjagd geht. Wenn man bei so einer Geisterjagd tatsächlich etwas Übersinnliches irgendwann mal identifiziert, werden wir sicherlich diese Folge nochmal auf neuen Prüfstand stellen müssen. Derzeit sagen wir mal, es gibt keinen Nachweis für übersinnliche Geistererscheinungen, die Seelen oder Erscheinungen von Toten sind. Insofern muss es sich wahrscheinlich entweder um Wahrnehmungstäuschung oder um Halluzinationen oder aber um so eine Mischung aus Wachträumen und vielleicht nach Traumzuständen handeln, obwohl man eigentlich schon so halb wach ist. Da gibt es so verschiedene Dinge. Das Old Hack-Syndrom ist so eine Geschichte. Wenn man so im Halbschlaf ist und das Gefühl hat, irgendwas sitzt einem auf der Brust und saugt einem noch die Lebensenergie aus und man sieht bestimmt was Gruseliges im Zimmer. Es gibt ja so eine Art Täuschung, wie du sagtest, oft beim Einschlafen, teilweise auch beim Aufwachen. Wenn der Körper noch, ja, ich möchte es mal umgangssprachlich in dieser Schlafstache gefangen ist, der Geist aber schon wach ist, also der Kopf im Prinzip, also nicht der Geist, der da rumspukt, sondern der Mensch, dann kann es zu Einbildungen kommen, dass eben zum Beispiel jemand am Ende des Bettes steht oder man eine schattenhafte Gestalt sieht. Das kann eine sehr bedrohliche Erfahrung sein, weil man oft das Gefühl hat, man wird beobachtet, da ist jemand im Zimmer, aber ich kann mich nicht bewegen. Und das führt leicht auch zu Angstzuständen und teilweise lassen sich natürlich solche Phänomene damit erklären. Nun werden aber viele sagen, ja, aber wieso habe ich denn dann irgendwie beim Spazierengeben am helllichten Tag irgendwie was gesehen, was ich nicht erklären kann. Also das ist natürlich irgendwie ganz, ganz vielfältig und ganz schwierig, dieses Thema. Nur so viel, die meisten, und das sagen sogar die Ghost Hunter selber, die meisten Phänomene lassen sich irgendwie auf natürliche Art und Weise erklären. Wenn du jetzt aber mal bei deiner Geisterjagd auf etwas triffst, was du nicht erklären kannst, dann ist immer noch die Frage, ist es denn aber auch dann irgendwie etwas, was wir jetzt bloß nicht erklären können oder ist es ein Geist? Das ist dann natürlich immer noch so die abschließende Frage. Also ganz spannendes Feld auf jeden Fall, aber wir wollten ja eigentlich über die weiße Frau reden. Genau, und ein Satz noch am Ende. Natürlich ist es so, dass wir nicht sagen wollen, dass jemand, der so eine Erscheinung schon mal hatte, der sowas wahrgenommen hat, in irgendeiner Art und Weise irre ist oder Realitätsverlust hat. Auf keinen Fall. Das hatten wir, glaube ich, auch beim Mothman schon mal erwähnt. Also die Leute haben schon irgendwas erlebt oder gesehen, was man auch durchaus erstmal ernst nehmen sollte. Es ist wahrscheinlich nur falsch interpretiert worden, die Wahrnehmung. Das ist immer das ganz Entscheidende. Also jeder, also da gebietet es der Respekt, zunächst mal auch genau hinzuhören und jemanden auch da an der Stelle, der glaubt, die weiße Frau gesehen zu haben, wird man wahrscheinlich sehr, sehr schwer davon überzeugen, dass es nicht die weiße Frau war, die er gesehen hat. Was das Thema bietet, sind einige sehr, sehr schöne Geschichten. Ehrlich. Also da ja nächste Woche Halloween ist, dachten wir, wir können auch mal eine Gruselgeschichtenfolge machen. Ja, also die wohl bekannteste Sache und allejenigen, die sich jetzt schon mal mit der weißen Frau beschäftigt haben, ja, das ist die weiße Frau von der Plassenburg oder die weiße Frau von, ja, werden wir nachher alles mal aufdröseln. Es gibt verschiedene Geschichten natürlich, die erklären, wo die weiße Frau herkommt. Die wohl mit bekannteste Geschichte ist die weiße Frau der Hohenzollern. Die früheste, ne? Also da kann man schon sagen, das war so der Ursprung. Also nicht, da ist sie so zum ersten Mal in den Chroniken bekannt geworden. Und da geht es um Kunigunde von Orlamünde, die in der Region Kulmbach verhaftet ist, die ganze Geschichte. Und die Burgherrin Kunigunde war die Wipfe des Grafen Otto von Orlamünde und hatte sich in Albrecht den schönen Sohn des Nürnberger Burggrafen Friedrich IV. verliebt. Und er war ihr auch nicht so wirklich abgeneigt, ließ aber verbreiten, er würde sie heiraten, wenn nicht vier Augen im Weg stehen würden. Und damit begann das Drama, denn Friedrich, also Albrecht der Schöne, also der Sohn von Friedrich IV. meinte nicht, oder meinte seine Eltern, die so einer Heirat mit einer verwitteten Frau wahrscheinlich nicht zustimmen würden. Und Kunigunde dachte allerdings, dass er ihre beiden Kinder aus der ersten Ehe gemeint hat. Und sie hatte nämlich ein Mädchen von zwei Jahren und einen Jungen von drei Jahren aus ihrer ersten Ehe. Und so nahm sie Nadeln und stach noch durch den weichen Schädel ins Gehirn der Kinder und tötete sie. Und es gibt in der Klosterchronik des Melkendorfer Pfarrers Johann Löhr aus dem Jahre von 1559 so folgende Vermerk. Ich versuche das mal zu rezitieren. Und dachte, die Kindlein, die ich hätt, werden gewiss die Augen sein, die mich berauben, des Buhlen mein. Und wurde das Weib sogar betört, dass sie ihre eigenen Kinder ermörrt und jämmerlich ihres Lebens beraubt, dass sie es mit Nadeln in ihr Haupt, stach in ihre Hirnschal, die zart und weich überall. Oh, tragisch. Ja, das ist also die tragische Geschichte. Aber es geht ja noch weiter. Also die unglückliche Kunigunde hat dann also die Kinder umgebracht und sehr schnell natürlich bereut, was sie da getan hat. Und man sagt, sie ist dann auf den Knien gerutscht bis ins Tal von Bernek. Nachdem sie ja beim Papst sogar um Vergebung gebeten hat. Genau, in Rom, genau. Und hat dann ein Kloster gegründet, in das sie auch selber eingetreten ist. Und in ihren frühen 30ern, also als recht junge Frau, ist sie dann dort gestorben. Und seitdem spukt sie als weiße Frau herum. Und wie sie spukt, also das ist auch ganz interessant, weil sich da nämlich auch schon wieder verschiedene Motive vermischen. Ganz oft ist es so, dass sie Familienmitgliedern erscheint, dann auch recht passiv ist als Erscheinung. Aber nach ihrem Auftauchen passiert etwas Schlimmes. Das heißt also, sie kündigt Todesfälle an, sie erscheint als eine Art Warnzeichen, dass schreckliche Dinge passieren. Und diese Geistererscheinung ist jetzt mit ihrem Ursprung im 15. Jahrhundert verhaftet. Also die Geschichte, die du da gerade erzählt hast. Und hat sich dann also wirklich immer weiter größter Beliebtheit erfreut. Also auch um 1700 erzählt man sich dann eben von diesen Erscheinungen der weißen Frau. Sogar Napoleon wird nachgesagt im Bayreuther Schloss, mal eine Begegnung mit der weißen Frau gehabt zu haben. Und er war hinterher so entsetzt, dass er da nicht mehr einkehren wollte. Und dann irgendwie sagte, nee, ich mache aber lieber einen Bogen um dieses verfluchte Schloss. Das ist also ein Motiv, was sich sehr, sehr schnell durchgesetzt hat. Und das hat ganz interessante Anklänge an andere Sagengestalten, die auch oft mit Warnungen und Todesfällen verknüpft sind. Also da hat man zum Beispiel die irische Banshee. Das ist ja auch eine Frauengestalt, die auch in weißen Gewändern erscheint. Sehr bleich, mit langen, dunklen Haaren, rot geweinten Augen. Und die oft, so heißt es, unter dem Fenster der Familie, der sie verhaftet ist, sitzt und weint und so Todesfälle ankündigt. Und derjenige, der von diesem Todesfall, also selbst betroffen ist, der dann stirbt, der hört sie nicht, aber alle anderen hören sie. Das ist ein bisschen jetzt anders auch bei der weißen Frau. Sie ist nicht oft zu sehen, auch wenn ihre Erscheinung so beschrieben wird, sondern sie ist viel mehr zu hören. Und man kann das Ganze natürlich weiterspinnen. Es wird sich dann auch erzählt, dass allein ihr Weinen und Schreien dazu angetan ist, die Leute in den Wahnsinn und in den Tod zu treiben. Aber eigentlich ist das so eine klassische Wahngestalt. Und damit sind wir jetzt natürlich schon im angelsächsischen Bereich. Auch in England gibt es ganz viele, viele Orte, wo die weiße Frau spukt. Und immer sind die Geschichten, die dahinter stecken von den Frauen, sehr, sehr tragisch. Also zum Beispiel gibt es in England das Old Mill Hotel und da spukt eine weiße Frau, deren Mann irgendwie kurz vorm Altar umgebracht wird. Und sie ist dann irgendwie ganz wütend und sie sitzt dann am Zug, also sie sitzt dann da, wo Gleise sind und weint ganz unglücklich. Und dann fährt ein Zug vorbei und sie fällt vor Schrecktod um. Und das Ganze ist natürlich eine so tragische Geschichte, dass sie hinterher herumspukt. Also der Tod der Frau ist dann immer mit einer ganz schrecklichen und tragischen Geschichte natürlich verknüpft. Was, du hast schon das Land gewechselt, ich noch kurz erzählen wollte, es gibt allein im deutschsprachigen Raum zahllose Varianten. Also wir haben jetzt die Frau von Plassenburg geschildert, bei der Gelegenheit Kunigonde von Orla Münde hat es als historische Figur gegeben. Die hat aber keine Kinder. Und die ist auch nicht in den 30ern, sondern in ihren reifen 70ern gestorben. Das nochmal als Hinweis. Aber sie hat ein Kloster gegründet und war da wohl irgendwie, oder sie ist zumindest ins Kloster gegangen, sagt man. Genau, nicht gegründet. Es gab dann noch die weiße Frau von Wolfsegg, die ihren Ehemann betrogen hat und dann sind beide Männer gestorben. Das ist eine Variante. Die weiße Frau von Tenneberg gab es. Sie hat belogen und hat sie als Gräfen von Ostfriesland dargestellt, um einen König heiraten zu können. Wurde gefangen gehalten und gefoltert und hat aber immer darauf bestanden und ist dann eingemauert worden. Dieses Einmauern ist auch ein ganz häufiges Motiv bei der weißen Frau. Es gab die weiße Frau von Stettin, das ist die Sidonie von Borg, die arm, aber sehr schön und liebreizend war. Und sie hatte sich in Ernst Ludwig, den Sohn eines Herzoges, verliebt, durfte den aber nicht heiraten. Ihr Vater verstarb und sie war dann alleine. Am Ende war dann ihr sozusagen angedachter Ehemann, der sie sehr liebte, sehr krank, weil sie von ihm weggeschickt wurde. Er durfte sie nicht heiraten. Er wurde angedichtet, sie hätte ihn verhext. Als sie wiederkam, ging es dem Mann wieder gut, was natürlich nur bestätigte, dass sie einen Bann über ihn getroffen hätte. Und sie ist als Hexe hingerichtet worden. Also ihr merkt schon, es gibt zahllose Varianten, allein erst mal im deutschsprachigen Raum. Was ich ganz spannend finde, bei all diesen Schilderungen und Geschichten, ist entweder, obwohl eigentlich ist es immer irgendwie auch ein kirchlicher Kontext, ob sie dann ein Kloster gegründet hat oder eine Ehebrecherin war, was dann ein kirchliches Gebot gebrochen hätte. Also eher so die Kirche, die aber zu der Zeit vielleicht auch die Moral definiert hat. Ja, das auf jeden Fall. Das spielt da immer mit hinein, aber auch natürlich einfach auch das Verbrechen. Also das Motiv, was so ganz, ganz häufig mit dieser Figur verknüpft ist, ist wirklich der Kindsmord. Und du bist ja immer so im deutschen Raum unterwegs. Ich begebe mich mal wieder woanders hin, und zwar nach Lateinamerika. Du kannst dir das leisten. Ich kann mir das leisten. Ich fliege jetzt einfach mal. Da gibt es nämlich eine Figur, die erstaunliche Anklänge hat an unsere weiße Frau, nämlich La Lorna. Oder La Lorona, genau. Und das ist eine Frauengestalt, die so ein bisschen ausschaut wie eine Banshee, wenn auch hübscher. Also eine schöne junge Frau, natürlich mit langen, dunklen Haaren, weißen Gewändern und so weiter. Und dann gibt es die verschiedensten Varianten. Immer ist es so, dass sie heiraten möchte oder geheiratet hat. Der Mann spielt ihr in irgendeiner Form übel mit. Er verlässt sie, will eine andere heiraten oder sonst irgendetwas. Männer. Und aus Wut und Trauer bringt sie dann ihre Kinder und sich selbst um und wird dann eben zu dieser klagenden, warnenden Gestalt. In einem Landstrich erzählt man sich sogar, dass sie eine Prostituierte ist, immer wieder ihre Kinder umgebracht hat und in einen Fluss geworfen hat. Und Gott hat ihr dann, da haben wir wieder einen kirchlichen Kontext, irgendwann gesagt, du kommst nur in den Himmel, wenn du mir vorher alle deine Kinder bringst. Und deswegen durchstreift sie dann als Geist die Landschaft und ist auf der Suche nach all ihren Kindern. Puh, spooky. Also da haben wir wieder diese Motivik, Frau in weißen Gewändern durchstreift die Gegend und erscheint als Geist. Und das Motiv der Kindsmörderin ist natürlich eines, was so dem ursprünglichen menschlichen Kontext entspringt, dem schrecklichen Alltag. Das ist so ein Phänomen, was leider erstaunlich modern ist, was auch steht zu befürchten, immer wieder vorkommen wird. Und das ist natürlich etwas, was gesellschaftlich höchst relevant ist, was uns sehr unmittelbar betrifft und was uns natürlich auch irgendwie rührt. Und unabhängig vom jeglichen gesellschaftlichen Kontext, weil ja die Vorpflanzung quasi eine originäre Aufgabe unserer Rasse ist, auch überall problembehaftet eigentlich auch ist. Trotz allem finde ich noch ein zweites Motiv auch spannend neben diesem, dass des Unrechts, was der Frau wieder fährt. Wir haben ja auch ganz oft eine weise Frau, die zu Unrecht ermordet wird, als Hexe bezeichnet wird und sozusagen immer wieder erscheint, aus so einem Gefühl des Unrechts, was ihr geschehen ist, kann sie keine Ruhe finden. Das sind ja die beiden vielleicht großen Motive, die man hier schildern kann. Und was jetzt ganz interessant ist und ganz spannend, in unserer heutigen Zeit mischt sich jetzt, also wirklich in der Moderne, so ein neues Motiv in die weiße Frau hinein und verzahnt sich mit diesen alten Sagen. Also alte und neue Sagen paaren sich natürlich. Ein Wort vielleicht noch kurz zu der Erscheinung selber. Da treffen sich natürlich so zwei unterschiedliche Welten. Also man hat da zum einen diese tragische Geschichte, die angeblich immer dahinter steckt und dann zum anderen so die Figur der Frau in weiß, also symbolisiert die Unschuld natürlich. Und die Frau als sanftes Geschöpf, dem man vielleicht auch nicht unbedingt zutrauen würde, so etwas wie einen Mord oder gar einen Kindsmord begangen zu haben. Das sind natürlich auch so, das ist natürlich auch so der Stoff, aus dem wirklich die Sagen sind, was uns wirklich unmittelbar betrifft und verfolgt und berührt. Und scheinbar ist es tatsächlich so, dass irgendwie etwas Weißgewandeltes uns Furcht einjagt. Also man achtet nur auf Filme wie Der Ring zum Beispiel mit dem weiß gekleideten Mädchen. Da gibt es ja auch so lustige versteckte Kamera-Jokes, wo so ein weiß gekleidetes Mädchen mit einem Tellybär auf einem Flur in einem Hotel steht und alle machen sich total in die Hose. Ja, aber das ist natürlich so genau diese Verknüpfung, das kindlich Unschuldige oder das weiblich Unschuldige, dem aber absolut Böses inne wohnt. Und übrigens hier die bei The Ring und so, also auch bei dem japanischen Original irgendwie, die haben sich natürlich auch da bedient. Also dieses weiße Geschöpf, dieser Zombie irgendwie, der aber als kleines Mädchen erscheint und dann mit langen dunklen Haaren und so. Da treffen sich natürlich hier wieder unsere Banshee und weiße Frau und ich weiß nicht, was alles für Motive. Lassen Sie uns jetzt trotzdem nochmal auf die Verschmelzung zukommen. Genau, da kommen wir jetzt langsam. Also es gibt ein neues Motiv aus der Moderne, habe ich ja eben schon gesagt, was sich verknüpft und das ist die weiße Frau als Anhalterin. Ja, also gepaart mit dem Vanishing Hitchhiker, also mit dem verschwundenen Anhalter, was ich ganz lustig finde. Und als wir, Gott ist aber auch schon wieder eine Weile her, angefangen haben Supernatural anzuschauen, da ist uns glaube ich gleich in der ersten Folge genau das Motiv über den Weg gelaufen. Und zwar ist nachts ein junger Mann alleine im Auto unterwegs und nimmt dann ein junges, hübsches Mädchen per Anhalter mit. Das Mädchen steigt ein, sagt nicht viel, sagt nur, wo sie hin möchte, dass sie nach Hause gefahren werden möchte. Und das macht dann natürlich der galante junge Mann auch, der bringt sie dann nach Hause. Oft ist es so dann, dass das Mädchen irgendwie schon vorher auf einmal verschwunden ist, als er dann vorm Haus steht. Ja. Manchmal, in manchen Varianten ist es auch tatsächlich so, dass sie dann zum Haus geht und er fährt dann halt weiter. Findet die Frau dann aber auch oder das Mädchen so toll, dass er dann nochmal zum Haus zurückkommt. Auf jeden Fall landet er dann irgendwann immer bei dem entsprechenden Haus, entweder weil er sie wiedersehen will oder weil er eben wissen will, ob sie jetzt so schnell aus dem Auto gestiegen ist und verschwunden ist oder wie das passieren konnte. Und fragt dann, ja, ich habe irgendwie ihre Tochter vermutlich irgendwie mitgenommen, wo ist die denn hin verschwunden? Ist die bei Ihnen gut gelandet? Oder irgendwie, ich möchte sie wieder treffen oder so. Und dann heißt es natürlich immer, wieso meine Tochter? Die ist doch vor zehn Jahren bei einem Autounfall umgekommen. Und das ist dann halt so irgendwie... Und der Schuldige konnte nicht gefunden werden. Genau, Unfall mit Fahrerflucht. Das häufigste Motiv ist eben, dass das Unfallopfer jetzt sozusagen immer wieder an der Stelle steht, wo der furchtbare Unfall stattgefunden hat, um denjenigen zu finden, der sie getötet hat. In der Supernatural-Folge war es dann ein bisschen anders aufgezogen. Da war dann der Geist auch aktiv und ganz brutal und wollte sich dann irgendwie an allen jungen Männern rächen, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das ist ganz spannend, weil da gibt es im Münchner Raum eben genauso eine Geschichte, die sich jetzt gerade manifestiert. Und also ich habe jetzt auch mich so ein bisschen in Foren umgeguckt. Also wenn man so bei All Mystery oder so schaut, dass dieses Phänomen der weißen Frau vom Ebersberger Forst ist wirklich in aller Munde und kommt also wirklich alle Naselagen irgendwie wieder zutage. Und zwar soll es in der Nähe der Hubertuskapelle an der Staatsstraße 2080 zwischen Ebersberg und Schwaberwegen immer wieder zu Autounfällen kommen. Und Leute, die da natürlich gerade nachts irgendwie langfahren, die sehen dann irgendwie so merkwürdige Lichter, Erscheinungen oder eben die weiße Frau. So erzählt man sich. Also Augenzeugen zu finden, ist irgendwie sauschwer, aus welchen Gründen auch immer. Und man erzählt sich, dass eben vor ungefähr 20 Jahren oder manchmal auch 10 in manchen Erzählungen eine junge Frau genau dort umgekommen ist, bei einem Unfall mit Fahrerflucht und seitdem eben in der Nähe der Hubertuskapelle herumspukt. Und wenn man die Leute wohl fragt, auch das habe ich teilweise gelesen in Foren, die da Autounfälle hatten, natürlich passieren da irgendwie auch Autounfälle, dann heißt es irgendwie nur, ja, sie hätten sich vor irgendwas furchtbar erschreckt, aber sie wüssten nicht mehr genau, was passiert ist. Was passiert ist, ja. Spooky. Ja, jetzt ist die Frage, was nehmen wir denn mit? Wir nehmen mit, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass selbst in dieser Geschichte Weiße Frau der Hohenzollern, hier also Plassenburg, Bayreuther Schloss und so weiter, diese Geschichte, dass es da mal Hoaxes gegeben hat. Also man hat natürlich auch mal ab und zu Leute erwischt, die dann als weiße Frau umhergespukt sind. Also da gibt es auch so ein paar lustige Anekdoten. Es ist natürlich schwer, selbst das zu belegen, weil das ja wiederum auch dann irgendwie so Elemente sein könnten, wo diese Sage in einen Schwank übergeht. Also das ist dann halt auch eine lustige Geschichte, wenn du dann auf einmal irgendwie eine geisterhafte Erscheinung hast, die entpuppt sich aber als, weiß ich nicht, Stallbursche, der weiße Gewände anhatte und dann irgendwie da rumgespukt ist. Also es ist ganz schwer, das irgendwie dingfest zu machen, aber diese Varianten, dass man die dann irgendwie erwischt hat und dann entlarvt hat, gibt es aber auch. Es gibt ja auch verschiedene Geschichten, dass dann man das auch benutzt hat, um irgendwelchen Herrschern Angst einzujagen, um irgendwas zu bewegen, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, genau, das politische Gespenst. Hat es ja auch gegeben. Was an dieser Stelle einfach festzuhalten bleibt, ist, dass es offensichtlich in der menschlichen Natur verankert zu sein scheint, solche Begebenheiten auch zu erleben. Also nochmal ganz wichtig an dieser Stelle, warum wir das auch in einen skeptischen Podcast mal hineinpassen. Natürlich glauben wir nicht an Geister. Glaube, aber da glauben wir auch. Genau, also man kann ja nochmal ganz kurz sagen, also weiße Frauen natürlich auch deswegen, weil ein Gespenst irgendwie auch so ein bisschen sowas Durchsichtiges, Rauchartiges hat. Und natürlich, also wir können jetzt auch anfangen, die haben eigentlich eine Nebelbank gesehen, die plötzlich aufgekommen ist oder solche Dinge. Aber wir können und wollen das ja gar nicht irgendwie bis ins letzte Detail erklären, weil wir dann ohnehin einen konkreten Fall untersuchen müssten. Und das ist in dem Fall sehr, sehr schwer. Das ist nämlich genau das Entscheidende. Der Skeptiker muss dann diese Schilderung im Prinzip nachverfolgen und muss im einzelnen Fall versuchen, genau die Ereignisse zu replizieren, die stattgefunden haben. Das wird dem Skeptiker nicht gelingen. Das aber weltweit in allen Kulturkreisen, ob es Südamerika ist, Amerika und andere Kulturkreise, diese Erscheinungen ja wahrgenommen werden und geschildert werden. Und dass es allein in Deutschland 18 Schlösser gibt, wo diese Gestalten aufgetaucht sind. Ja, viel zu tun, ja. Zeigt ja, dass das zur menschlichen Natur gehört. Man kann auch verargumentieren, naja, früher war es nicht klar, wenn jemand an der Schizophrenie gelitten hat. Das wusste man nicht. Heute kriegen die Medikamente und sind eingesperrt. Aber auch das wäre zu einfach. Eingestellt, nicht eingesperrt. Na gut, manchmal auch eingesperrt. Also stationärer Aufenthalt ist damit gemeint. Also wir wollen nur deutlich machen, dass es scheinbar in der menschlichen Natur etwas gibt, was uns auch dazu bringt, sowas wahrzunehmen. Ich habe im Skeptoskop, das am 1. November erscheinen wird, da habe ich jemanden interviewt, ich will noch nicht sagen wen, der auch sowas schildert. Jemand, der durch und durch Skeptiker ist, der aber auch schon gewisse Dinge erlebt hat, die er für sich selber nicht erklären kann, wo er dann aber nicht sagt, ich habe Geister gesehen, sondern sagt, ich kann das nicht erklären. Und damit ist es dann auch gut. Und das ist nochmal ganz wichtig, denn wenn man sagt, es gibt keine Geister und die haben gar nichts gesehen und die haben sich das alles eingebildet, dann kommt man in eine dogmatische Schiene hinein. Und was in dem Fall jetzt hier konkret bei der weißen Frau natürlich auch wichtig ist, dann nochmal zu unterscheiden zwischen diesen sagenhaften Erzählungen, das können entweder die klassischen Volkssagen, Volkssagen, die wir gerade gehört haben, sein oder moderne Sagen und konkreten Phänomenen. Also den Geisterjägern, der wird es schwerfallen, da irgendwie diesen sagenhaften Begebenheiten auf die Spur zu kommen. Was die natürlich stattdessen machen, ist, dass sie für Kunden konkrete Begebenheiten, die die Kunden auch selber erlebt haben, untersuchen. Ob es sich da dann um einen Spuk oder um ein natürliches Phänomen handelt, sei mal wieder absolut dahingestellt. Aber das ist natürlich sauschwer, irgendwie eine Sage zu ihrem Ursprung zu verfolgen. Oder erst recht, wenn du gar nicht weißt, irgendwie wem jetzt die weiße Frau gerade am Elbersberger Forst wirklich erschienen ist, wenn du nicht mal einen Augenzeugen findest. Und wenn sie nicht sind, diese sagen, dann sind es doch schöne Geschichten, die man sich abends im Dunkeln mit einer Taschenlampe beim Zelten erzählen kann. Und wenn man dann Glück hat und eine Nebelbank an der richtigen Stelle ist, Nein, den Rest könnt ihr euch dann hier denken. Mit dieser Betrachtung einer Sage, die sich sogar modernisiert, das ist das Spannende dabei. Die Verschmelzung mit Autounfällen, denn so lange gibt es Autos noch gar nicht. Aber auch da so ein Unrecht wieder, was diesem Opfer geschehen ist, Fahrerflucht. Da sieht man, dass auch die moderne Zeit versorgen die Geschichte nicht gewahrt ist. Die Sage, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, aber die Sage mit dem Fuhrwerk, das jetzt irgendwie Autor ist, also mit diesem Anhalter, der sich dann als Räuber entpuppt, gibt es auch schon seit Fuhrwerkzeiten und nicht erst seit Autozeiten. Haben wir ja schon an anderer Stelle. Sie leben, die Sagen. Also insofern, das noch als Einordnung, warum wir das im skeptischen Podcast zu Halloween gemacht haben. Sehr schön da auch, fällt mir gerade ein, die Black Street Stories Geschichte von Paul, die du gelesen hast, die geht auch so ein bisschen in die Richtung der weißen Frau. Da könnt ihr auch mal reinhören in die Black Street Stories, diesmal kein Sex and Violence, so eine schöne Gruselgeschichte von Paul mit Opium, mit toten Frauen. Und jetzt lösen wir mal auf, was es mit dem Segway-Erfinder auf sich hat. Oder auch nicht. Die Auflösung Ja, hat sich der Segway-Eigentümer tatsächlich mit seinem eigenen Gefährt, mit dem Gefährt seiner Firma, zu Tode gestürzt? Also die Story der Woche ist diesmal leider sowohl tragisch als auch wahr, denn der Engländer James Hazelden oder Hazelden ist tatsächlich mit 62 Jahren mit so einem Teil verunglückt. Der ist in der Nähe seines Hauses in Nordengland über eine Klippe gestürzt in einen Fluss und man hat ihn dann eben tatsächlich auch tot aufgefunden. Es ist wohl klar, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat, ja, was die Geschichte natürlich erst recht irgendwie tragisch macht. Also er ist dann tatsächlich irgendwie zu Tode gekommen. Er hatte die Firma auch noch gar nicht lange, und ich glaube so ungefähr ein Jahr. Ja, und dann hat sie ihn mit seinem eigenen Gefährt erwischt. Genau, er gehörte zu den 400 reichsten Briten und hat die Firma gekauft. Ganz auf Bild allerdings erzählt, dass der Erfinder des Segway sich zu Tode gestürzt hat. Ja, das ist natürlich ganz richtig, genau. Und das ist eben die nicht ganz richtige Prävention. Das war ein Amerikaner, genau. Ich glaube, Dean Cayman oder so heißt der. Genau, also insofern nicht der Erfinder des Segway ist damit abgestürzt, sondern der Firmen-Eigentümer. Der Neufirmen-Eigentümer. Der Neufirmen-Eigentümer. Ja, tragisch, ne? Ja, dann nützt das ganze Geld auch nix. Hätte man nicht mit dem Ding rumfahren sollen. Nee. Wir haben einige Dinge noch aufzurollen aus den vergangenen Episoden. Zunächst mal würde ich mich gerne auf die Folge zum Kusiref-Spiegel nochmal beziehen. Da haben wir ja über Hartmut Müller gesprochen. Das war ja der Erfinder des Global Scaling. Was man nicht anders als einen Scam, als einen Betrug bezeichnen kann. Genau, dafür ist er ja nicht verurteilt worden, sondern er ist wegen Anlagebetrugs ja rechtskräftig verurteilt worden, war auf der Flucht. Und wirklich sehr, sehr frisch kam die Nachricht, dass er am 23. Oktober in Florianopolis im Süden von Brasilien gefasst und verhaftet worden ist. Und jetzt wohl dann auch seine Haftstrafe antreten muss. Also insofern, nachdem Herr Wallach für den Spiegel das goldene Brett vom Kopf erhalten hat, ist jetzt auch Herr Müller ja, dann hinter Schloss und Riegel gelandet für den Anlagebetrug zumindest, den er ja mit grandiosen Technologien zum Global Scaling sich verdient hat, wo er sehr, sehr viele Leute um sehr viel Geld betrogen hat. Es gibt doch noch Gerechtigkeit. Hat. Genau. Dann bin ich, oder sagen wir andersrum, wir haben sehr viel Lob bekommen für die Folge zur Telesologie. Da haben sehr viele Leute gesagt, eine Parawissenschaft, von der ich noch keine Ahnung hatte. Andere, Ja, wir ja auch nicht, ne, vorher. Genau. Andere, die aus dem künstlerischen Umfeld kamen, Musiker oder Sänger waren, haben gejubelt und fanden es also ganz fantastisch, dass wir dazu eine Folge gemacht haben. Aber ich bin kritisiert worden, weil ich im Interview sinngemäß sehr salopp gesagt habe, eine Studie macht ja noch keinen Sommer. Und mir wurde dann gesagt, naja, das sei ja genau die Argumentation der Esoteriker, vernünftige wissenschaftliche Studien auseinanderzunehmen. Natürlich würde eine Studie reichen, da man ja wissenschaftlich sauber nur Dinge falsifizieren kann. Und das hätte Friedrich getan. Er hätte also diese Theorie sauber falsifiziert. Hat er auch. Das ist richtig. Trotz allem, und da muss man auch dann der wissenschaftlichen Methode auch dann schuldig bleiben, muss man natürlich sowas replizieren. Denn auch Friedrich Bayer hätte sich jetzt bei seiner Studie täuschen können, einen methodischen Fehler begehen können. Und die Falsifikation muss auch replizierbar sein, um sozusagen dann zu sagen, das ist stabil falsch, was dort berichtet wird. Bei der großen Stichprobe und bei der Methodologie, die Friedrich angewandt hat, gibt es da wahrscheinlich nichts dran rumzudeuten. Genau. Das kann man natürlich sagen, aber die wissenschaftliche Methode sieht immer vor, dass eine Falsifikation auch repliziert wird. Also insofern, ja, normalerweise reicht eine Studie, aber um es richtig sicher zu machen, sollte man diese Studie auch replizieren. Und wenn man dann erneut eine Falsifikation hat, dann ist das sauber widerlegt und dann kann eigentlich auch kein Esoteriker mehr sagen, das hat noch Gültigkeit. Weiß du Bescheid. Weiß du Bescheid. Was gibt es noch anzukündigen? In 14 Tagen, gestern Abend ist das, bei denjenigen, die andere Podcasts hören, schon angekommen. Da haben es die Wikigeks aus Göttingen schon geschildert. Es wird in 14 Tagen am Sonntag keine Huxilla-Folge geben. Die wird ausfallen. Ich höre einen Aufschrei. Dafür wird es aber an dem Samstag um vier nach acht eine Live-Sendung geben, denn die Wikigeks kommen uns hier in Hamburg besuchen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch erfahren, was der Herr Stockmann inhaltlich plant, damit wir uns auch darauf vorbereiten können. Ich glaube, das wollen die nicht wahrscheinlich. Ich habe auch so den Eindruck, das wird nicht so richtig funktionieren. Also es wird eine Crossover-Folge, wie man Neudeutsch sagt, geben. Wir werden zusammen mit Ralf Stockmann und Claudia Krell von den Wikigeks hier im Huxilla-Headquarter sitzen. Herumpodcasten. Und eine Live-Sendung machen. Und da wir uns vermutlich irgendwann auch auf diese Sendung vorbereiten müssen, weil ich eigentlich ungern in eine Sendung unvorbereitet gehe, gerade wenn es um Herrn Stockmann geht, der wahrscheinlich jetzt schon Tonnen von Material gelesen hat und dann Fragen stellt, sagt ihr doch mal als Experten. Werden wir uns also dann in der Woche auf diese Sendung vorbereiten und dann habt ihr aber einen Live-Hörgenuss und ich gehe mal davon aus, so wie ich die Wikigeks kenne, wird das keine Sendung von einer halben Stunde werden, sondern da werden wir schon einige Stunden unterwegs sein. Also das der Planung in 14 Tagen, das ist am 10. November und am 11.11. Ja, wir sind jetzt im Norden, da gibt es keinen Karneval, liebe Gemeinde im Süden, wird es dann einen Branch geben. Das werden wir hier nochmal ein bisschen koordinieren. Das heißt, wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr mit uns, den Wikigeks und es haben auch schon ein paar vom Hamburger Podcast Class dazu gesagt, Branchen gehen hier in Hamburg. Um 11.11, aber unverkleidet. Na, um 11.00 Uhr haben wir jetzt gesagt. Wer sich verkleiden will, darf sich auch verkleiden. Ich bin ja ja sehr tolerant. Ich verkleide mich nicht. Ich kündige es schon immer an. Vielleicht setzt sich eine Sonnenbrille auf, das wäre was Innovatives. Gib dir doch ein Bad an. Ein Bad? Ja. Super. Naja, also das zum Crossover-Podcast und zum Podcasting am Branch hier oben im Norden. Habe ich sonst noch was vergessen zu erwähnen? Ich will es nicht. Black Sweet Stories gibt es. Ach so, richtig. Am Donnerstag gibt es eine neue Folge des Psycho-Talks, ich komme mit meinen eigenen Sendungsspielern. Am Donnerstag Black Sweet Stories? Nein, die gibt es am Freitag. Da gibt es jetzt gerade eine neue Folge. Und am Donnerstag gibt es aber dann am 1. November eine neue Folge des Skeptoskops. Ja. Ich weiß auch schon was. Das ist gut, ne? Das ist genial. Freut euch, Leute. Da rechnet gar keiner. Ich glaube, die GWP weiß auch noch gar nicht, wen ich da interviewt habe. Das stimmt. Das wird aber sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant und hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und da kann ich euch nur empfehlen, hört mal da rein. Das ist ganz ohne Proporz und das ist ganz, ganz spannend, was da dann passieren wird im Skeptoskop am 1. November. Und dann gibt es noch, das sage ich jetzt einfach mal, ein neues Geheimprojekt, über das ich bisher noch nicht reden darf. Und ich glaube, das wird auch sehr, sehr lustig. Da halte ich euch dann auf dem Laufenden. Ich fühlte mich etwas überrollt von dieser Idee, obwohl ich eigentlich gar nichts damit zu tun habe. Aber ich finde es einfach nur saukool. Sie dringt ja auch sozusagen in deine Erfahrungswelt ein. Ja, irgendwie schon. Jetzt haben wir euch völlig irritiert da draußen. Ja, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und ich merke, ich habe einfach zu viele Projekte am Laufen. Aber an diesem Sinne, achso und am, jetzt sage ich das nämlich auch nochmal. Hilfe. Und das ist ganz toll, am 1. Dezember nämlich, hast du Geburtstag. Habe ich, ja, danke. Habe ich Geburtstag, das wollte ich mal, ich wollte einfach nur, dass ihr dann auch rechtzeitig die Geschenke. Nein, da gibt es dann nochmal ein ganz, 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 ganz besonderes Skeptoskop beim 1. Dezember. Das ist nämlich schon produziert und ich habe Geburtstag und das wird, glaube ich, nochmal auch ganz spannend. Und die Folge, da habe ich sehr geschwitzt bei der Folge, die dann publiziert wird, weil die ist schon im Kasten. Die kenne ich noch nicht und ich bin sehr gespannt. Ja, du kannst aber ahnen, um was es geht. Ja, ja, klar. So, und bevor wir jetzt hier weiter unter euch an unserem Eheleben teilhaben lassen. Ja, genau. Also, wie geht denn jetzt? Machen wir für heute mal Schluss. Ihr könnt mich am nächsten Donnerstag schon wieder hören, wenn ihr mögt, beim Skeptoskop. Ihr könnt Alexa frühestens nächste Woche Freitag hören bei einer neuen Folge der Blacksweet Stories, wenn ihr mögt und uns beide gemeinsam wie gewohnt nächste Woche Sonntag um 20 Uhr wieder bei Hoax Seller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg und bis dahin alles Gute. Zieht euch warm an. Ich habe so langsam Eindruckt. Beim Trick or Treat. Das ist nötig. Genau, Trick or Treat. Viel Spaß bei denjenigen oder für alle, die die Halloween feiern wollen und bis nächste Woche immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoaxsiller.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoax Seller ist eine Rackertru-Production aus dem Jahre 2012. Untertitelung des ZDF, 2020